Hallöchen, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von The Evil Within. So, wo sind jetzt die Deppen? Ah, da kommen sie schon. So, wie versprochen, habe ich gleich nochmal geladet. Geladen. Ähm. Die Lili. Die Lili. Ist jetzt nur einer kommen? Ich bin leicht verwirrt. Naja. Wir haben eh Speicher, das ist eh Blunzen. Warte, der geht auf. Der zweite ist jetzt nicht... Doch, da ist er. Okay, ich habe nicht gesehen. Rein da. Und schnell weg. Laden wir schnell nochmal. Moment. Entschuldigung, Entschuldigung. Was? Und nochmal durch. Jaja, der schnauft schwerer, ist wurscht. Ja. So, ich hoffe, die Tür ist zu. Ja. Passt. Also einmal rufen, bitte. So. Und dann... Woher war's? Kommt der her, der Krippel? Oder kommt er erst durch die Tür? Das könnte auch sein. Die Musik, ne? So schön beruhigend. Ich glaube, der kommt. Und... Nicht zu nahe, die jetzt an der Tür stehen, ne? Na, stehst du nochmal auf? Ich glaube nicht. So, hin. Da liegt er. Und einmal verheizen. Bitteschön. Looten? Nix. Sehr schön. So, der andere ist jetzt oben, ne? Den möchte ich halt auch gern vernichten. Ah, jetzt kommt er wieder. So. Schnell kehrt Marsch. Am besten, wir verstecken uns wieder in unserem Kämmerlein. Oder hier mal kurz. Ich hoffe, das sieht mich nicht. Ja, komm. Ich hätte die Flasche nehmen sollen. Ähm, in eine Ecke pfeffern. Wäre besser gewesen, wahrscheinlich. Kann ich die noch nehmen? Ja, die ist nur zur Deko. Deko! Na, kommt er jetzt. Also, wenn wir die Evil Within fertig haben, bin ich mal für ein ruhiges Aufbauspiel. Was haltet ihr davon? Ja, vorbei. Ich geh das eh schon zu ruhig an, ne? Kumpa jetzt, oder nicht? Das ist ein Saftensierer. Unglaublich. Das könnte sie ausgehen. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Tschüss! Fein! Äh, zuerst nehmen. Nehmen. Und abheizen. So. Fein! Leidens, ich glaube, das ist speicherungswürdig. So. Zwei weg. Zwei weg. Endlich einmal nach zwei Parts. Zwei Gegner besiegt. Boah. Ha! Was will man mehr? So, auf die Hüten. Da. Und rein da. Immer schön speichern. Das muss ich mir echt merken. Ich darf da nicht zu knausig sein mit Speichern. So. Also. Hoppala. La la la. Hallo. Und zwar, ich möchte speichern. Und hier. Drauf, bitte. Einmal. Ja. Bitte. Super. So. Geht es Ihnen nicht gut? Wohl. Alles gut. Ich habe mich nur erholt. La la la. So. Gut. Das heißt, jetzt müssen wir da Ruhe haben, ne? So. Ich würde sagen, wir haben eh gesperrt. Wir sind jetzt ein bisschen mutig. Und schauen uns einmal hier im Hof um. Weil, wie gesagt, wir müssen halt schauen, dass wir so viele Gegner wie möglich umbringen, vielleicht. Ja, ja. Ist schon recht. Ohne dabei vielleicht allzu viel Munition zu verwenden. Boah, der Deichselherrst. Bäh. Danke. Hä? War da noch was? Na. Aber hier werden wir mal hochklettern. So. Krummeln tut es eh schon wieder überall. Ja. Krummle, krummle, krummle. Wie ist denn der ist da runtergefallen, der Depp? Naja. Boatschart. Was haben wir denn hier? Neuer Gegenstand. Blentebolzen. Ach ja, genau, das war das. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust. Der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff, Streichangriff, genau. Schleichangriff getötet werden. Das ist schön. Vier Sekunden scheint das anzuhalten. Was haben wir hier noch? Aha, Luglug. Oh nein, ich habe wieder das Luglug gemacht. Ich will ja weg von dem. Ich wollte gar nicht Luglug machen. Mist. Das hört sich gerade ungut an. Ich glaube, der Professor ist im Arsch. Ähm. Ah, die kann man sowieso. Benötigt Teile. Zwei Stück. Bolzen herstellen mit Steuerung. Okay. Aha. Bolzen wechseln mit R. Okay. Ja, wir haben keine Armbrust. Somit können wir die wahrscheinlich gar nicht benutzen. Aber jetzt haben wir zwei Stück von dem Graffel. Hö, das ist ja auch nicht verkehrt, oder? So. Okay, jetzt haben wir die Dings ausgerüstet. Ich will da ja nur weg. Ah, mit C. Okay. Ha, Gottes Willen. So, da haben wir auch was. Äh. Das wollte ich jetzt nicht. Mit C kann man das unterbrechen. Halt, nicht Eufeln. Ich wollte ja nur das eigentlich haben. Danke. Und das. Super. Da haben wir da jetzt alles mitgenommen. Ich hoffe. Kann man den Krippel da erschießen? Schaut aus. Nein, schaut nicht aus. Weil in die Gesicht, ne? Und von da geht es klar. Man kann zwar looken, verstehst du, aber nicht, ja. Ach, Gatschupfen. Echt Gatschupfen. Ähm. So. Da haben wir alles. Ich würde sagen, wir gehen wir da. Eine Kugel habe ich verschwendet. Ist ja schön. So. Das wäre jetzt fast wieder speicherungswürdig. Wir müssen jeden Scheißdruck speichern eigentlich, ne? Da ist eine Bärenfalle. So, einmal kurz rumlooken. Dass mir da keiner ins Kreuz reinhaut, was, ne? So. Passt. Schleichmodus aktiviert. Die schnurren halt ganz schön, ne? So. Irgendwo da ist sie. Bärenfalle. So. Material gehört uns. Oh. Ich hoffe, wir machen jetzt zu viel Lärm. Granaten. Noch eine. Cool. Zielen und werfen. Okay. Ich hätte gerne Feuerzeug, ehrlich gesagt. Ist der jetzt hin? Schaut so aus. Ähm. Gut. Feuerzeug wäre echt cool. Muss man echt sagen. Feuerzeug wäre richtig cool. So. Den Hammer. Ich will jetzt eigentlich zurück zum Speichern, weil ich glaube, das würde sich jetzt mal anbieten. Jetzt haben wir schon ein bisschen was gefunden. Machen wir auch gleich weg. So. Ich speichere kurz. Ich weiß, das ist sehr mühselig mit mir. Ihr könnt das alle besser. Keine Frage. Aber. Ich gebe mir Mühe. So. Da. Vielleicht nicht mehr schleichen, glaube ich. So. Einmal durch. Und schnell speichern. Weil wir sind noch. Wir haben noch Leben, ne? Das sind ein bisschen was gefunden. Und das möchte ich gerne. Das möchte ich gerne festhalten. So. Gnädigste. Ähm. Achso. Hat schon hingehauen. Okay. Ähm. Ja. Passt. Danke. Ich kontinuier nochmal. Ja. Passt. Was für Typ? Ja. Du wirst schon recht haben. Ähm. Gut. Wir hauen wieder ab. Uns fehlen 100 grüne Dinger. 100 grünes Elixier da. Oder ein Gelee. Was das ist. Dass wir scheinbar etwas Neues lernen dürfen. Aber. Nicht verzagen. Wir kriegen das schon hin. Uah. So. Gibt es hier ein Opfer für uns? Auf der Seite ein Schamponet. Gut. Die Kai schon davor haben wir auch interessant noch auszuräumen. Bevor wir uns den Kerl da drinnen stellen. Das ist nur die Frage. Wie kommen wir da ungesehen hin? Vielleicht da unten lang. Ich meine. Das könnten wir auch machen. Da drinnen gleich mal die Bombe entschärfen. Die hat glaube ich noch nicht gegolten. Beim Rest. Alter. Mit dem Drunterschlag. So. Aber ich will eigentlich da vorne die Bombe entschärfen. Boah. Alter. Da bin ich gerade angespannt. Wieder mal. So hoffentlich gelingt mir das jetzt mal. Yeah. Supi. Da liegt glaube ich einer, ne? Alter. Oh. Ähm. Fehler. Ähm. Fehler. Fehler. Das sind jetzt zwei. Mhm. Okay. Fehler. Ähm. Großer, mächtiger Fehler. Ähm. Ich weiß nicht, wo ich hin kann. Kann man da hoch? Tatsächlich. Da liegt auch was. Okay. Ähm. Au. Das ist keine gute Idee. Ähm. Geh mal da weg. Ähm. Jetzt ist die Frage, wenn ich die Bombe nehme, ob ich dann was triggere, ne? Ja. Passt. Passt. Siehst? So wird das gemacht. Ähm. Ich bin so frech und nehme mir eine Spritze. Ich bin so frech und nehme mir eine Spritze. Ah. Da hinten ist noch so ein Kribbel. Ein bisschen anschleichen. Oh. Das geht nicht so gut. Trottel. Da gibt's noch mehr. Hören tut man genügend, ne? Ich glaub, da ist... Oh. Da ist noch jemand. Dusch. Hallo. Na. Na. Nicht runterfallen. Wo ist denn der Depp jetzt hin? Hm. Furt. Ah. Da oben ist auch einer. Ich verblende einfach so die Pistolenmunition. Na. Weil. Ah. Das trifft nicht. Sicher, ne? Du willst mir jetzt schon verarschen. Jo. Der will mir jetzt einfach schädeln, ne? Echt. Jetzt könnte ich das schon wieder laden. Boah. Das ist... Unglaublich. Unglaublich. Ich schau mal, wo wir da hinkommen. Mit dem... Spielstand. Ich könnte, glaub ich, gleich weinen. Mhm. Ich bin auch so unvorsichtig, dass die Hälfte genug ist, ne? Ich hab den jetzt echt nicht gesehen. Da kann man scheinbar von hinten uns anschleichen und den einfach niedermäucheln. Das wär mir lieber. So. Wo sind wir da? Ah, hier. Ah, hier. Okay. Mein kleiner Zeigefinger sagt auch schon, leck mich am Buckel. Ähm. Mir tut alles weh. Gut. Iiii. Okay, das war mal ne Ziege. Ähm. Alter. Ne? Ja. Ist schon recht. So. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum ich die Fackeln mitnehme. Aber ist wurscht. Ähm. Wahrscheinlich zur besseren Sicht. Aha. Die hat schon gezählt hier. Aha. Okay. Ähm. Fein. Super. Die Schweinchen. Die noch, die einzigen, die da überlebt haben. Ah, ne, Axt. Sehr gut. Die nehm ich. Die ist super. Haben wir hier sonst noch irgendwas von wert? Weiß jetzt gerade nicht. Aha, entweder oder. Aha. Okay. Ähm. Ich möchte gerne mich von hinten, das hört sich jetzt so komisch an, äh, an diese Gegner anschleichen. Ein paar Minütchen hätten wir noch für den Part. Oh. Ist das ne Bärenfalle? Na, schaut so aus. Puh. Okay. Meine Güte. Oh. Da oben. Ich seh dich. Alter. So ne Arschparte, ne? Ah, da kommt uns einer nach. Auch sehr schön. Love Forest. Da. Da. Rennen wir mal. Oh, die hab ich übersehen. Die hab ich komplett vergessen. Oh man, ich bin einfach nur schlecht. Okay. Ja. Scheiße. Oh man. Was haben wir jetzt eigentlich erreicht in dem Part? Haben wir mehr als zwei Gegner überhaupt besiegt? Bin mir da gar nicht mehr so sicher. Unglaublich. Da darf man ja nochmal laufen. Ich will mir nur die Axt hier holen. So. Ich überleg grad, was wir machen sollen. Ähm. Theoretisch könnte man jetzt die beiden da hinten umbringen, ne? Sind die weg? Die sind beide weg. Das hat auch schon gezählt. Okay. Bin ich jetzt auch nicht unzufrieden? Ah, ich seh was. Was grünes. Da drüben. Was grünes. Das nehmen wir noch schnell mit. Was grünes. Was feines. Das nehmen wir noch schnell mit. Ja. Ähm. Alles okay. 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 Aha. Schluck. Was sind das hier für Fallen? Ich glaub dann haben. Ha? Ah, da. Ja. Puh. Hat das jetzt gut hingehauen? Äh. Ich will das nehmen, bitte. Voll. Voll. Ich will das nehmen, oder ist das unten, oder ist das seitlich, oder wo ist das? Ähm. Keine Ahnung. Ich wollte den Part beenden. Ähm. Ich hoffe, ich stehe hier sicher. Ihr Lieben. Ja. Beenden wir mal schnell den Part, ne? Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bin grad voll geflasht. Aha. Geflasht ist falsch gesagt. Äh. Angespannt. Äh. Wünsch euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Egal wo das Stören herkommt. Ähm. Ähm. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.